ich liebe die weißen berge ihr marmorweiß die stirn reingewaschen vom hohen himmelsblau und des salzmeers stürmisches glitzern und dorische tempel und der gedanken klarer kristall doch sah ich auch durch gelehnte portale in klingende dämmerungstiefe wo still sich erfreute altarkerzen schimmer bebender zeit advent während der winter morgen dunkel durch fensterbögen starrte die strahlenden heiligen die überwinder ahnte man selig jenseits des dunkels und die zu gott strebten beugten die knie im gebet allein in der menge sahen geschlossenen auges des einzigen glanz innerster seele welten und mystische wahrheit der sie lauschen gelernt hast du jemals gelauscht wo die altarkerzen brennen niemals vergißt du dann gottes stille blühende gärten du küsst den stein des portals und wendest dich ab ihr weißen berge blendend marmorweiß in der sonne geliebte weitblickende ihr geahnte heimat ich komme zu euch leben heißt schneiden und brechen damit etwas wächst jeder ist so viele menschen doch niemand geht mehr als nur einen weg das ist das was literatur leisten kann eine lebenserfahrung vermitteln die man selbst nie gemacht hat ich habe nicht wie karen beue den verlust meiner religiosität die auch nie in tieferer weise vorhanden war erleben müssen portale wir werden noch sehen daß kirchenportale gemeint sind ich liebe die weißen berge ihr marmorweiß die stirn reingewaschen vom hohen himmelsblau und des salzmeers stürmisches glitzern eine liebeserklärung an das strahlendste und hellste was die natur an erscheinungen zu bieten hat und dorische tempel und der gedanken klarer kristall warum dies im zusammenhang mit den zuvor gesungenen natur erscheinungen es ist eine anspielung auf die philosophie die geschult am antiken griechenland zu gedanklicher klarheit findet doch sah ich auch durch gelehnte portale in klingende dämmerungstiefe wo still sich erfreute altarkerzen schimmer bebender zeit advent die hier sprechende person sieht sich außerhalb einer kirche stehend in diese hineinschauend in ein dämmerndes dunkel das nur von altarkerzen erleuchtet ist und dies im advent während der winter morgen dunkel durch fensterbögen starrte der advent ist eine besondere zeit für die gläubigen aber auch zumal in schweden eine im wortsinn dunkle zeit die strahlenden heiligen die überwinder ahnte man selig jenseits des dunkels das klingt sehr katholisch denn heiligenverehrung ist nicht das was das protestantische schweden ausmacht die heiligen sind hier aber vielleicht allgemeine vorbilder im glauben die überwinder von weltlicher anfechtung die ihr leben ganz der hingabe zu gott widmen können die gibt es bestimmt im protestantismus und die zu gott strebten beugten die knie im gebet allein in der menge sahen geschlossenen auges des einzigen glanz der einzige wird wohl niemand anderes sein als jesus christus innerster seele welten und mystische wahrheit der sie lauschen gelernt mystische wahrheit ist eben auch eine wahrheit auch wenn sie in worte gefaßt vielleicht wie eine phantasterei klingt ist sie als empfundener glaube eben wahr hast du jemals gelauscht wo die altarkerzen brennen niemals vergisst du dann gottes stille blühende gärten das berührende daran ist daß die erinnerung an das glaubenserlebnis als unfaßbar schön geschildert wird du küßst den stein des portals und wendest dich ab ein abschied also ohne groll ohne verachtung ohne überheblichkeit sondern einer in liebe aber ein abschied ihr weißen berge blendend marmor weiß in der sonne geliebte weitblickende ihr geahnte heimat ich komme zu euch das ist boje ein unfaßbar starker kontrast auf der einen seite das von kirchenmauern begrenzte dunkel das vielleicht beschränkung aber vor allem geborgenheit bedeutet auf der anderen die unendliche höhe weite und strahlende helligkeit der offenen natur diese steht hier für das vom glauben befreite und damit unbegrenzte denken aber es ist nur eine geahnte heimat denn jenseits der glaubensgewissheiten gibt es nur ahnung leben heißt schneiden und brechen damit etwas wächst so sehr der glaube geborgenheit bedeutet mit echter trauer und echtem abschiedsschmerz wird mit ihm gebrochen wird er wie ein überwuchernder strauch geschnitten damit man sich selbstbestimmt entfalten kann jeder ist so viele menschen man trägt in sich das potenzial zu verschiedenen lebens wegen und offenbar auch zu verschiedenen lebenseinstellungen in diesem falle eine tiefe sehnsucht nach religiöser empfindung und ein eben solches zu klarem aufgeklärtem denken das jeden offenbarungsglauben ins reich der phantasie verweist doch niemand geht mehr als nur einen weg und der weg ist hier einer der sich von der religiosität entfernt aber boje denkt mit ehrlicher liebe an ihre eigene religiosität zurück wenn man auf die runde geht der bürgische ich bin ich bin Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020